Hier sprechen wir alle Sprachen der Welt, deswegen verstehen wir uns nicht. So beschreibt die Bevölkerung von Suriname sich selbst, denn es ist eins der ethnisch diversesten Länder der Welt und allgemein furchtbar interessant. Es ist das einzige Land außerhalb Europas, in dem man Niederländisch spricht und hat prozentual die größte muslimische Bevölkerung in beiden Amerikas. Wie kam es dazu? Die Antwort liegt in der Geschichte von Suriname, nicht in Grenzänderungen, sondern in einer Reihe von Migrationsströmen. Lasst uns also beim Anfang beginnen. Okay, vielleicht nicht ganz am Anfang. Suriname wurde ursprünglich von verschiedenen Stämmen bewohnt, die dort auch immer noch leben. Es wurde dann eine Zeit lang eine britische Kolonie, bis die Briten es mit den Niederlandern gegen die Neuen Niederlande tauschten. Nach den Napoleonischen Kriegen verleibten sie sich den Westteil wieder ein, wie im Allgemeinen auch große Teile des niederländischen Kolonialreiches, und seitdem hat Suriname seine heutige Form. Suriname war damals eine Plantagenkolonie. Es gab zwar 1845 einen desaströsen Versuch, das Land wirklich zu besiedeln, aber die Gegend ist dafür nicht geeignet. Das Klima war zu heiß und es gab zu viele Krankheiten. Außerdem fehlte es den Niederlanden dafür an den nötigen Leuten. Die Dinge blieben, wie sie waren. Eine kleine europäische Oberschicht auf einem Riesenberg importierte Afrikaner. Aber schon in diesem frühen Stadion war die Situation komplexer als in anderen Kolonien. So bestand nämlich ungefähr die Hälfte der europäischen Bevölkerung aus Juden. Die wurden im 18. Jahrhundert praktisch überall und von allen für ihren Glauben verfolgt. Die Niederländer waren in ihren Kolonien aber vergleichsweise tolerant. Die Staatsreligion war der Kapitalismus. Woran man sonst noch glaubte, war mehr oder weniger Nebensache. Auch die afrikanische Bevölkerung war nicht uniform. Abgesehen von ihren verschiedenen Herkünften in Afrika entflohen immer wieder welche den Plantagen. Sie zogen in den Urwald, bildeten ihre eigenen Gemeinschaften und machten den Plantagenbesitzern das Leben schwer. Diese versuchten zwar mit Hilfe der Regierung gegen diese Marons vorzugehen, Da es den Niederlanden aber wie schon gesagt an Leuten fehlte und Suriname erstaunlich groß ist, schlugen diese Versuche fehl. Zwischen 1760 und 1767 wurde mit verschiedenen Maron-Gruppen Frieden geschlossen. Die Europäer würden die Marons in Ruhe lassen und die Marons versprachen keine geflüchteten Sklaven mehr aufzunehmen. So würde es etwa 100 Jahre lang bleiben. 1863 gab es also eine kleine niederländischsprachige Oberschicht, die Hälfte davon Juden, Die auf den Feldern arbeitenden Sklaven sprachen Sranandongo, eine Mischsprache aus Englisch, Niederländisch und verschiedenen afrikanischen Sprachen. Daneben wohnten im Urwald auch noch die Marons, die ihre eigenen Mischsprachen sprachen, und die Ureinwohner ebenfalls mit ihren eigenen Sprachen. Dann wurde die Sklaverei in Suriname abgeschafft. Man verpflichtete zwar die jetzt befreiten Sklaven noch 10 Jahre lang auf den Plantagen zu arbeiten, diesmal gegen Lohn, aber es war ziemlich klar, dass sie es danach nicht mehr machen wollen würden. Man brauchte neue Arbeiter. Es beginnt also die Zeit der Vertragsarbeiter, auch bekannt als Sklaven? Nein, wieso Sklaven? Sicher nicht, ist was ganz anderes. Spaß beiseite. Vertragsarbeiter waren Leute, die sich offiziell freiwillig verpflichteten, für eine bestimmte Zeit auf den Plantagen zu arbeiten. Es wurde aber umfangreich getrickst, sodass die meisten nicht wussten, worauf sie sich da genau einließen. So übersetzten Werber in Indien das Wort Suriname als Shriram, was sich anhört wie ein Verweis auf die indische Gottheit Rama. Die Vertragsarbeiter wurden auf den Plantagen fast wie vorher die echten Sklaven behandelt und durften dann am Ende ihres Vertrags wieder nach Hause gehen, obwohl viele sich die Überfahrt nicht leisten konnten. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen, unter anderem Portugiesen und Chinesen anzuwerben, fand man letztendlich eine sichere Quelle für diese Vertragsarbeiter. Indien. Zwischen 1872 und 1916 kamen tausende von Indern nach Suriname, die meisten von ihnen Hindus, aber es waren auch Moslems dabei. Die ersten Moslems in Suriname. Okay, die ersten Moslems, die man nicht zwangsweise bekehrt hat. Die Sache mit den Vertragsarbeitern aus Indien funktionierte zwar sehr gut, sie hatte aber einen großen Haken. Man brauchte die Zustimmung der Briten. Denen gehörte ja Indien. Sie konnten den so wichtigen Zustrom von Arbeitern jeden Moment stoppen, was sie letztendlich auch taten. Die Niederländer hatten aber auch ihr eigenes Indien. Ostindien. Ja, dieses Ostindien. Uns heute bekannt als Indonesien. Ab 1890 fing man an, auch von dort Arbeiter zu importieren. Und auch sie bereicherten das Land mit ihrer eigenen Sprache, dem Iranischen, und ihrer eigenen Variante des Islams. Ihr Import ging übrigens auch noch nach dem Ende des indischen Zustroms weiter. Und auch nach dem Ende der Vertragsarbeit kamen immer noch weitere Indoneser. Erst der Zweite Weltkrieg setzte auch diese Einwanderung ein Ende. Nachdem die große Bankenkrise von 1929 den Gewinn und damit auch den Einfluss der Plantagenbesitzer drastisch verminderte, wurde 1931 auch die ausbeuterische Vertragsarbeit abgeschafft. Die Nachfahren der gebliebenen indischen Arbeiter, die Hindustanen, und der indonesischen Arbeiter, der Yavan, schlossen sich also den Nachfahren der frühen Sklaven, den Kreolen, an und betrieben Kleinlandbau oder gingen in die Städte, um in der Industrie zu arbeiten. Daneben hatten sich auch immer wieder Händler aus China und dem Libanon in Suriname niedergelassen und sich dort integriert. All diese Völker lebten also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Suriname. Es wurde ein eigenständiges Land innerhalb dem Königreich der Niederlande, und die Stellung der anderen Bevölkerungsgruppen gegenüber den Weißen verbesserte sich langsam. 1975 entschloss man sich zur Unabhängigkeit. Das war zwar von vielen in Suriname gewollt, viele waren sich aber auch unsicher und zogen in die Niederlande. Es waren auch vorher immer schon Suriname dorthin ausgewandert, vor allem als Studenten, aber jetzt, wo sich sozusagen die Tür zu schließen drohte, entwickelte die Immigration sich zu einer regelrechten Fluchtwelle. Auch nach einem Putsch in 1980 und dem darauf folgenden Bürgerkrieg kamen weitere Surinamer in die Niederlande, sodass dort mittlerweile fast so viele Surinamer wohnen wie in Suriname selbst. Dort blieb trotzdem die Diversität ohne weiteres erhalten. Auch wenn ein Großteil der Weißen und Juden emigriert sind, leben doch immer noch einige von ihnen dort. Auch beherbergt Suriname nach wie vor die Stämme von vor der Kolonisation, Marons, Kirolen, Javan, Hindustan, Libanesen und Chinesen. Auch heute kommen immer noch neue Leute nach Suriname, zum Beispiel Flüchtlinge aus Haiti und Brasilianer, die im Inneren des Landes illegal nach Gold suchen. Es hat also nicht den Anschein, dass dieses faszinierende Land in Zukunft weniger divers werden wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017